... die amortischen Bonuszahlung von bis zu 1.000 Euro von der Krankenkasse zugeschickt haben. Habe ich das schon erhalten und durchgelesen vielleicht. Ne, das sagt mir jetzt gar nichts. Um was ging das denn da? Also in unserem Schreiben geht es darum, dass Sie einen Rechtsanspruch auf weitere Rückerstattungen und Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 1.000 Euro jährlich von der gesetzlichen Krankenkasse haben. Und deshalb meine Frage, haben Sie bisher bereits Auszahlungen von Ihrer Krankenkasse erhalten? Ne, die nehmen ja immer nur die Beiträge. Ich habe noch nie was gekriegt von denen, außer Werbung immer. Mit der Post, per E-Mail, per WhatsApp und sogar mit einer Briefeule. So penetrant sind die. Wir haben Ihnen per Post diese Schreiben geschickt. Das ist nur ein Infoblatt, dass Sie Rückzahlungen bekommen sollten. Verstehen Sie, Herr Breitam? Ich verstehe das, aber ich habe nichts zu bekommen. Ah, okay. Sagen Sie mir, Sie strahlen noch aktuell. Al-Bacher-Weg 31 in Emskirchen. Ja, klar. Okay, dann ich prob noch einmal mit dem Schreiben. Also ich habe gedacht, dass Sie etwas bekommen haben. Entschuldigung, bitte. Ja, ja, das ist aber nichts da. Ich schwöre auf meinen Hamster. Das ist einfach so. Okay, ich schicke Ihnen noch einmal. Und dann, ja, ich versuche noch einmal nächste Woche. Sie kommen einfach sicher. Wie wäre es denn, wenn Sie mir das einfach per E-Mail schickt? Dann ist das einfacher. Okay, die E-Mail noch aktuell. Also, aufanglager2023 at gmail.com. Ja, ich mache das eben auf und dann können wir da mal drüber sprechen. Was muss ich denn jetzt machen, damit ich die Kohle kriege? Okay, dann schicke Ihnen alles per E-Mail dann, okay? Ja, klar. Schönen Tag noch. Tschüss. Ich dachte, Sie erklären mir das jetzt. Was soll denn das? Okay, in unserem... Also, ich kann Ihnen kurz erklären. In unserem Schreiben geht es darum, dass Sie einen Rechtsanspruch auf weiter Zuckerstattungen und Bonuszahlungen in hohe von bis zu 1.000 Euro jährlich von der gesetzlichen Krankenkasse haben. Das haben Sie jetzt schon dreimal gesagt. Was muss ich machen, um die Kohle zu kriegen? Sie sollten das automatisch jedes Jahr bekommen. Aber ich muss Ihnen sagen, leider nicht. Jede Krankenkasse bietet Ihnen diese Möglichkeit. Wir können jedoch jetzt gemeinsam prüfen, bei welcher Krankenkasse Sie von den 1.000 Euro jährlich profitieren können. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, klar, Mann. Das ist einfach so. Okay, haben Sie jetzt ein paar Minuten Zeit. Können Sie jetzt reden oder sind Sie unterwegs? Ja, alles gut. Ich sitze in der Badewanne. Ich habe Zeit. Okay, super. Das freut mich zu hören. Okay. Also, um Ihren Anspruch prüfen zu können und sicherzustellen, dass die Rückzahlungen und Bonuszahlungen für Sie verfolgen ist, also würde ich Ihnen gerne einige Fragen stellen. Darf ich? Na klar. Okay. Also, Sie sind doch nach wie vor noch gesetzlich versichert, richtig? Das ist korrekt. Okay. Und sagen Sie mir, also hier, Breitsamer, bei welcher Krankenkasse sind Sie denn aktuell versichert? Ich bin bei der Kai-Uwe Meiersch. Das ist so eine Hamburger Gesellschaft hier. Sie meinen K-K-H? Genau. Kai-Uwe Meier, genau. Ja, ja. Kaufmännische Krankenkasse. Nee, Kai-Uwe Meier. Nicht Kaufmännische, Alter. Da habe ich nichts zu tun. Ich bin Berufstrinker, Alter. Äh, wie? K-K-H. Selber. Kai-Uwe Meier. Kai-Uwe Meier. Meier mit A-I und ohne H. Ganz wichtig. Sind Sie sicher, dass Sie dort versichert sind? Ob ich mir sicher bin, dass ich versichert bin? Das ist eine Fangfrage, oder? Ja. Das ist keine gesetzliche Krankenkasse. Deswegen. Ja, das führe ich. Kai-Uwe Meier. Kai-Uwe Meier. So heißt der. Und bei dem bin ich versichert. Gegen Telefonitis, Gangstalking und Nachstellung. Mhm. Mhm. Und gibt es vielleicht irgendwelche Kurzen Namen, wie K-K-H oder K-H oder etwas? Äh, N-P-D heißt es. N-P-D? N-P-D? N-P-D. Also, ich versuch auf Google-Finden. Einen kleinen Moment. Also... Also, bei mir steht... Sie meinen... Barma. Achso, der N-P-D gehört jetzt auch schon die Barma, Alter. Du bist doch echt verstrahlt, Alter. Ja, Barma, genau. Barma. Barma, das ist Barma. Ich weiß zwar nicht. Ich gebe jetzt nebenbei auch mal N-P-D bei Google ein. Gucken wir mal, ob da wirklich die Barma angegeben wird. Ja, ihr seht, in meinem System gibt es keine N-P-D. Deswegen habe ich Ihnen das gefragt. Ja. Sind Sie sicher? Also, da weiß ich nicht, was du für ein System hast. Also, wenn ich das hier eingebe, kommt direkt Staatsschutz, Verfassungsschutz und... Und im Ministerium NRW, ZDF, Landeszentrale für politische Bildung. Das würde dir auch mal gut tun. Aber sei es drum. Ich bin bei der Barma, Alter. Das ist einfach so. Versteht. Das ist in Ordnung, Barma. Okay. Und sind Sie bei Barma länger als ein Jahr versichert, oder weniger? Ja. 34 Jahre, Alter. Sehr lange. Ich kann das sagen. Und sind Sie... Ja, ich hab'n sehr lange. Das ist einfach so. Das sagen die Frauen auch immer. Oder haben Sie mitversicherte? Ne, also meistens sind das Orgien. Ja. Okay, also haben Sie die Frau über Ihnen, oder...? Diverse. Eine ist auf dem Dachboden, die andere ist im Keller. Dann sind Sie allein jetzt? Jetzt gerade, also in der Hauptwohnung, ja. Ah, okay. Okay. Weil draußen im Garten, da züchten wir ja die Zapfhähne, ne. Das ist einfach so. Ah. Das funktioniert einfach. Okay. Okay, super. Sagen Sie mir, also tragen Sie vielleicht die Brille oder Kontaktlinsen? Hallo, hören Sie mich? Ey! Sind Sie da noch? Ja, natürlich bin ich da. Du musst auch mit mir reden, verdammt. Ah, okay. Sagen Sie mir, tragen Sie Brille oder Kontaktlinsen? Ich hab' Kontaktlinsen und ein Hörgerät. Mhm. Und Nippelpiercing. Hörgeräte. Mhm. Was? Kontaktlinsen, also und Hörgeräte, Sie haben mir gerade gesagt. Habe ich gut verstanden. Ja, mein Hörgerät ist so alt, das kann ich mir gut gucken. Darum hat das jetzt schon Kontaktlinsen, Alter. Das ist einfach so. Ja, deswegen. Okay. Ich versuche dann also lauter zu reden. Es ist besser. Dann können Sie mich besser also hören. Also ich meine, es hilft ja nichts lauter zu sprechen, wenn du überhaupt nicht verstehst, was ich sage. Aber reden ruhig mal weiter. Ja. Ah, okay. Sagen Sie mir, äh, äh, bestätzt Sie vielleicht eine Zahnzusatzversicherung? Nein. Super, super. Und leiden Sie vielleicht zum Teil nach chronischen Krankheiten, bei denen Sie regelmäßig Medikamente einnehmen müssen? Ja, Alter. Ich habe Telefonitis. Okay. Und sind Sie von der Zuzahlung befreit oder zahlen Sie geboren auf der eigenen Tasche? Also ich habe ja, also meine Telefonitis, die wird ja gesteuert über Skype und Fauna-Light und das sind halt je nach Anbieter sind das verschieden. Das kostet, das eine kostet vier Euro im Monat und das andere hat mir ein Patreon eingerichtet. Das kostet mich selber gar nichts, außer ganz viel Dankbarkeit, Alter. Mhm, 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 mhm. Okay. Und leiden Sie vielleicht unter Rücken, Nacken oder Gelenkschmerzen? Ja, Alter. Mein Klickfinger tut immer weh, ne? Weil ich, ich muss ja immer schneiden, Ränder und hochladen. Das ist ja anstrengende Arbeit. Und vom ganzen Sitz und Zuzahl auch der Speckrücken weh, Alter. Das ist einfach so. Mhm, mhm, mhm. Sie haben auch Probleme mit dem Rücken. Habe ich Ihnen das gut verstanden? Ja, ja, klar. Mhm, mhm, mhm. Okay, vermerke ich. Okay, also ich werde nun eingehen prüfen, ob wir den Bonus sowie weitere Vorteile für Sie abrufen können. Sagen Sie mir, Herr Breitsamer, äh, fallen Ihnen spezielle Punkte ein, die Ihnen besitzen? Sondern bei einer Krankenkasse wichtig sind. Meerschweinchen. Was ist für Sie wichtig? Meerschweinchen. Ah, nur das? Gibt es noch etwas? Nee, ich habe nur, ich habe keine anderen Haustiere. Ah, okay. Auf jeden Fall, ich denke, alles ist wichtig bei Krankenkasse. Und am wichtigsten ist, dass sie alles Kosten übernimmt und dass sie immer erreichbar sind, wenn sie etwas brauchen. Naja, das Viech sitzt den ganzen Tag im Käfig. Wo soll das denn immer erreichbar? Wo soll das denn hingehen? Wie meinen Sie das? Die Meerschweinchen, die sitzen hier im Käfig. Die sind immer erreichbar. Ah, okay, okay. Sagen Sie mir, also, Sie haben mir gerade gesagt, dass Sie Kontaktlinsen tragen. Habe ich Ihnen das gut verstanden? Ja, also Sie brauchen scheinbar ein Hörgerät, Alter. Du fragst immer alles dreimal nach. Was ist los mit dir? Ja, dann müssen Sie etwas bezahlen für die Kontaktlinsen. Also übernimmt Ihre Krankenkasse die Kosten. Nee, ich habe einen 3D-Drucker. Ich mache die immer selber. Ja, Sie sollten von gesetzlicher Krankenkasse für die Kontaktlinsen 400 Euro jährlich bekommen, dass Sie Bescheid wissen. Aber ich mache die doch selber. Also Ihre Krankenkasse sollte diese Kosten übernehmen. Ich muss Ihnen jetzt sagen... Also meine Arbeitszeit oder was? Arbeiten Sie jetzt? Nein, ich mache die Kontaktlinsen selber. Ich habe einen 3D-Drucker. Da drucke ich mir die aus, Alter. Meistet das Elfen Augen, meistet das Drachenaugen. Und manchmal sehe ich aus wie Mimon Baraka. Ja, also ich habe Ihnen hier bereits mal gesagt, nicht jede Krankenkasse bietet Ihnen diese Möglichkeit, die ich Ihnen gerade erzählt habe. Verstehen Sie? Es gibt gesetzliche Krankenkasse, die die Kosten übernimmt. Die Ihnen gibt 400 Euro für die Brille. Und es gibt gesetzliche Krankenkasse, die Ihnen nur 50 Euro gibt. Verstehen Sie? Es gibt 103 gesetzliche Krankenkasse und Sie sind nicht gleich. Und deswegen sprechen wir heute mit Ihnen auf jeden Fall. Ach so. Aber wir müssen erst mal wissen, welche Ansprüche Sie auch haben und welche Sachen Ihnen noch wichtig sind, damit wir Ihnen also helfen können. Verstehen Sie? Ja. Zum Beispiel, Sie haben mir auch gesagt, dass Sie Hörgeräte brauchen. Also haben Sie bis jetzt das von der Krankenkasse bekommen oder müssen Sie die Hörgeräte selber zahlen? Nee, ich habe das selber gedruckt. Ich habe einen 3D-Drucker zu Hause. 3D-Printer. Die ganzen Kosten, Sie müssen selber zahlen? Nee, ich habe das selber gemacht. Selber gebaut. Homemade. Ah, das ist etwas anderes. Sie haben das selber also gemacht. Ja, weil da gab es, ich weiß nicht, ob Sie den Film Jurassic Park geguckt haben. Da haben die mal die Resonanzkammer von so einem Velociraptor nachgedruckt. Und ich habe mir den Plan davon runtergeladen und habe einfach zwei Frösche aus dem Garten da reingesetzt. Den kann ich wieder perfekt hören. Das ist einfach so. Ja. Wie haben Sie das geschafft? Super. Ja, mit 3D-Drucker. Verdammte Axt nochmal. Ah, okay. Okay, also zum Beispiel, ich muss Ihnen sagen, wenn Sie Hörgeräte brauchen, es gibt gesetzliche Krankenkasse, die die Kosten übernehmen bis zu 80%. Da Sie müssen nur einen kleinen Teil selber zahlen, circa 20%, dass Sie bescheiden sind. Wenn die 80% zahlen und ich circa 20% bezahlen muss, wer zahlt dann den Rest? Ja. Aber ich stelle Ihnen eine offene Frage und Sie antworten mit Ja. Wie meinen Sie das? Ja, so wie ich das sage, Alter, was gibt es da nicht zu verstehen? Von wo rufst du denn an, Mädchen? Sag mal. Von die Hörgeräte, die Krankenkasse sollte bis zu 80% übernehmen. Und die andere Teilen, Sie müssen selber zahlen. Hallo, Madame? Hallo? Verdammte Scheiße, jetzt wollte ich nach Ziegenversicherung fragen, da legt sie auf. Aber ich glaube, die hatte ich mit dem Inder schon mal dran, da ist es klar, dass ihr gleich den Herzinfarkt bekommt. Also, ich glaube, ich glaube, das ist klar, dass ihr gleich den Herzinfarkt bekommt, da ist es klar, dass ihr gleich den Herzinfarkt bekommt.